es ist montagabend es ist 18 uhr herzlich willkommen zu einer neuen folge des smart podcast irgendwas ist heute anders irgendwas ich kann nur nicht mit dem finger drauf zeigen egal das letzte mal haben wir ja ein sehr abstraktes bild gemalt sie hier und deshalb darf es heute wieder mal etwas gegenständlicheres werden genauer gesagt malen wir heute ein bild nach einem design des mexikanischen künstlers jose kacho und es wird wieder verschiedene schichten haben wir werden mit papier arbeiten ja da würde ich sagen legen wir los so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.